hallo und herzlich willkommen hier zurück zu star wars republic at war ne gut so hier mal vielleicht wieder rüber weil wir wollen ja unsere verstärkungsflotte zusammen tun und das ist eine das ist meine boden verstärkungsflotte du bist nie gestorben nein du bist nie gestorben ihr sammelt euch auch mal da genau alles alle zusammen kommt das auch ja wenn ich fliege da bald als nächstes sind direkt durchflug nach jahren aber ich wollte eigentlich hier erst mal verstärken eigentlich möchte ich jetzt die flotte teilen kann ich immer ich komme zwischen hin na gut da müsste ich das mache ich mit der zweiten flotte die hier gerade wunderschönen produktion ist und du baust mir zu wenig weniger tun inzwischen mache ich sogar geld ist das nicht schön na komm das zeige ich euch mal wieder das hatten wir schon lange nicht mehr und zwar wirklich lange kann ich euch noch mal zeigen wie das kennt ihr alles schon ich bin nur leid ist die ganze zeit rausschneiden zu müssen da verliere ich eine menge material und damit verliert ihr auch gleichzeitig eine menge ja was wir gucken können oder nein eigentlich nicht doch in gewisser weise schon weil ich dann weniger folgen aufnehmen kann weil wie ich schon das gesagt habe durch die ganze rausschneiderei ist jetzt der ganze schmarrn schmarrn ne kaiserschmarrn ach wer schön der ganze kram hier verdoppelt sich im prinzip die länge der aufnahmezeit für die folge womit ich dann auch weniger folgen aufnehmen kann weil ne ich bin dabei los kann mach kaputt weil 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 großen gründen könnt ihr mehr aufnahmezeit also mehr zeit die ich zum aufnehmen brauche aber ihr weniger folgen habt ich hab halt auch nicht den ganzen tag zwei auch weil ich schon den ganzen tag aufnehmen brennt was du bist dann muss man auch noch ändern wollen es kostet ja auch wieder zeit währenddessen kann man nicht aufnehmen hallo ich könnte eigentlich auch mal verheizen technisch gesehen müssten sie schon so alt sein dass sie bald als altersschwäche sterben weil ich würde ich erste generation wahrscheinlich haben wir sind das noch alles glänzer oder so und kram oder schön endlich guck du mal hier haben wir sachen verloren das ist das hier alles für eine bewegung ist mehr kreuzer mehr kreuzer mehr kreuzer ihr seid die eine verstärkungsarmee die eine einzig wahre verstärkungsarmee alter er wurde aber schnell produziert ja okay ist das camino ich glaube so auch so joda ach nee nicht schon wieder langsam geht mir das auf den keks wieso verdrück ich mich da immer diese beiden planen sind viel zu nah aneinander so hallo wir haben ganz viele akklamatoren die hier nicht sein sollen das sind ganz viele teure ganz selbst an bord und achtung black was kein weg ich bin enttäuscht ich habe keine hitbox ich merke schon ich kann dich nur so anklicken so geht nicht ach genau ich kann ja schon lange mich zurückziehen rückzug ich könnte im prinzip genauso dass ihr als zwischen posten immer hinspringen und wir zurück springen und jetzt nix da verloren das war alles geplant muss ich kurz so und ernsthaft wetten der kommt jetzt da da er sieht das tonnenweise in tonnenweise halt bodentruppen da ungeschützt rumgammeln ich habe jetzt wieder kommt schon ich habe jetzt geld da kann ich überall neue raumstationen bauen ach vielleicht du auch mal hallo jetzt sagt nicht dass der bug auch noch auftritt dass ich hier nicht mehr alle welten anklicken kann habe ich jetzt ernsthaft also eben hatte ich ihr erinnert euch an das andere projekt mit dem selbst da konnte ich keine einheiten anklicken okay man kann hier halt immer noch ein zoom oder bin ich einfach nur doof ich kann nur ein so er erinnert euch daran ich konnte keine einheit mehr anklicken jetzt kann ich hier keine gebäude kleinen planeten anklicken oder rat was kannst du denn bauen oder oder bautürmchen ähm starten also mir wäre es lieber wenn ich ich mir keine einzige welt anklicken kann aber dafür noch alle meine einheit das ist mir persönlich lieber weil welten da kannst du auch mit dem aus rein scrollen ja hier kann ich noch alles lalala lalala ich drücke die ganze zeit nur 2000 so war es jetzt nicht geplant neue perspektive so oder naja nicht die richtige optik so 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 ungefähr so so einfach als großer blob daraus fliegen und die große inversion leiten würde dir bitte vielen dank von das ist ja das ist schon wieder ein tag 3 umschutzung wie lang war ich da weg war ich nicht lang weg kriegt beschleunigung im bau das finde ich und wer kann ich anklicken ja hier geht klick an man solche spiel breaking bucks finde ich aber gar nicht öfter weil das ist ja wirklich ein spiel breaking buck okay wir sind jetzt bei welchem tag an sind wir bei welchem gar zu stadt sind eigentlich vor allem dann muss ich ja das projekt schon wieder beenden da was möchten dann dann fange ich mit homeworld an weil wie gesagt seid ehrlich wir wollte auch alle nur raum schlachten sehen homeworld ist im prinzip ist eigentlich nur raum schacht und das sogar taktischer mit mehr dimensionen war zweimal der gleiten mit dem gleichen namen ich glaube ich habe schon so viele kann das sein dass ja genau jetzt heißt bei mir jeder gleich platzfähigkeiten durch nebel behindert ja ja ich bin ja bei mir alle gleich spezialfähigkeit durch nebel behindert ich weiß du bist nun mal behindert tut mir leid wie viele ich ist doch noch eine ach so da ja hier sind drei von den bombarden bombardieren wenn ich mal so habt es bald das kann man nicht so schwer sein meine könnten man könnte euch ja schon fast alle auf ein katapult einspannen auf den fein werfen so viele seid ihr oder könntet die leute über die feindlichen drüben überrennen zwar wortwörtlich die pure anzahl hallo sieg 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 da wunderschön sieg so gut jetzt brauche ich jetzt brauche ich kurz mal so da noch einmal das noch einmal und du fliegst jetzt ich schicke hier was geschickt ok kommt wer von euch findet es lustig ich über dass er sich 200 wuchs auf selbst zu jagen ist doch lustig kommt ja ok sechs kreuzer sollten eigentlich für die finalen hutter gleich reichen 200 wuchs marsch sehr intelligente wuchs ja doch an sich schon auch wenn ihr ein großteil ihres baubestandteils holz ist was soll's was soll's ich hab geld das sollte man eigentlich im echten leben nicht machen auch guck doch mal ich hab geld ich kaufe mal was ich kaufe noch mehr auch weil ich geld habe guck doch mal geld geld kaufen kaufen kauf geld aber hier das hat ja auch alles einen sinn wie wir wissen wir wollen ja unsere werten droiden klone 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 schützen und panzer und läufer und man sieht wieder nur noch fällt überall wuchs er genau ich hatte ja mal eine kurzzeitige idee als ich keine klone produzieren konnte wuchs als angriffseinheit zu benutzen ist da was hochgegangen ja aber ich glaube kein woki darauf gegangen oder kein woki ist überhaupt ein klon schon gestorben vielleicht ein paar wuchs aber keine klone ich habe das gefühl steht noch was naja das spiel dachte es steht noch was da kann noch alle anklicken ja guter mal da sind wirklich gestorben da heißt irgendwo geschockt da guck doch mal ja schön für dich ich wollte dass diese flotte hier hinfliegt dass diese flotte hier hinfliegt und ich wollte dass hier nichts passiert nebenbei wir brauchen neue musik neue ovenatoren in auftrag geben das ist ja auch schon mal wieder was länger hat dass er den planeten angreift ich bin schon fast versucht auf automatisch zu drücken damit wir ja vorankommen aber so langsam wird es doch wenn wir die ganze standard planeten gesichert haben die 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 ki immer angreift dann wird das glaube ich schon ein weitaus schnelleres projekt dann würde ich sagen zudem sollte der zeitpunkt dann erreicht sein wo wir unsere wenn wir hier datum ihr jahr mit vier und sowas nicht die ganze zeit unserer dauer belagerung haben dann ist das vielleicht in fünf folgen durch das schneide ich oder 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 solchen würfeln scheiße ich habe kein würfel ich könnte ich könnte mit meiner taschenlampe rumrollen kann selber rumrollen naja ne tut mir nicht fett genug was bringt mir das was zum reparieren wenn ich habe mal panzer verloren kann das ein ja ich habe hier mal panzer verloren fand ich gar nicht dürfte zehn kommandopunkte zehn sind viele sind mir viel zu viele ihr spawnt nicht nach das abschuldige ich euch auch nicht nach vorne mit wie viel arterieller wie hatte da eigentlich dabei zu viele sagt der panzer dabei ich weiß alles nicht mehr er hatte er hatte dabei schießt doch er hat aber relativ wenig da könnte ich reinfahren und drüber rollen ich räume rüber ich wette mit euch ich werde gleich furchtbar bereuen ja toll wenn du wenn du einfach so stehen bleibt dann werde ich bereuen das ist klar fahr weiter oh ja gott ja ich bereue es jetzt schon hilfe hilfe bewegt euch na ich fahr wieder ich fahr wieder ich fahr wieder ich habe ich habe mich auch entschieden ich will wieder weg wunderschön sie konnten alle entkommen jetzt fahrt euch reparieren bitte ich glaube ich habe hier wenigstens einiges an schaden angerichtet also gerne ein obitalsperrfeuer wo ich zwar keine flotte im raum habe aber das wäre schon schön verteidigungsposition verteidigungsposition mehr verstärkung obwohl ich länds wieder nicht wirklich als verstärkung anzüge ich glaube wir hatten wir nicht noch irgendwo näheren punkt weil ich hier noch irgendwas zum zum setzen und auf der karte gab es auch mal eine battlefront 1 war da nicht was kommt schon jetzt den kriegst du dann kriegst du wunderschön noch eine rede uncool das nervt du kannst du nicht hinfahren hallo habt ihr euch bald mal fertig repariert ihr werdet an der front gebraucht jetzt läuft er wieder weg sagt er habt ihr euch bald mal fertig repariert das dauert ja ewigkeit mit euch das spiel denkt wohl die haben viel leben das ding hat nicht viel leben ja die die helfe verschießt so komm komm ja ich bin gerade etwas stört weil ich überlege ob diese taktischen optionen die hier erwäge auch wirklich klügsten sind und ihr ruft laut nein ich weiß deshalb überlege ich welche klüger wären vielleicht die panzerin sollen endlich so gleich haben wir sie alle als ziehen sich zurück warum uncool los los alles los nein nein ich hab doch so viele artillerien kaputt gemacht wie gesagt hat er keine artillerie verloren gut da sage ich mal bitte 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 nicht ich sage nicht auf wiedersehen ich sage ihr fliegt ich will einfach nur mal kurz gucken ob die deiner raumverteidigung haben wir sonst fliege einfach mal mit der kompletten bodenstreit nach dahin zwar ohne orbital unterstützung weil es sind unten kommen gut denn die hutten sich doch bestimmt jetzt kriegen wir ja wir kriegen wir kriegen wir geld wir kriegen viel geld sollten einen nächsten angriff vorbereiten zu 1 auf eine separatistische welt automatisch okay wir brauchen unsere flotte ich nehme natürlich auch die größte weil ja einfach weil es geht mehr venatoren wir sind ja auch bei vielen venatoren vielen 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 und du fliegst jetzt mal zu der flotte ich glaube diese riesen flotte hätten wir jetzt gar nicht gebraucht man starten weil das eh alles piraten schiffe sind werden wir jetzt zeigen wie die reput die internet die intergalaktische republik mit piraten umgeht oh wir haben eine raumstation hätte das gedacht und du hast drin dreht keine schilder bin sehr enttäuscht von dir super der regaliert nicht seine schilder und er kommt aber auch nicht aus dem komm schon er ist offiziell gar nicht jetzt hat er seine schilder sofort naja erst mal jäger übermacht präsentieren dann noch mehr jäger gemacht dann kommen die kreuze und dann kommen noch mehr zerstörer und wir gucken uns das aus erster sich dann und mette ist das die schiffe sehen interessanten oder sehen jetzt raus ja ich sehe interessant aus das sind doch ja das sind spätere rebellen schiffen wir können sich ja schon mal die klone drinnen üben spätere rebellen schiff abzuschießen die raumstation und platze machen das auch keine kunst so langsam kriechung verdammt ja dies aufnehmen das ist sehr anstrengend weil ich glaube ist jetzt dritte folge in folge müsste ich gleich mal nachgucken ob das die dritte oder die vierte ist soll ich nach oder soll ich weiter aufnehmen ich weiß es nicht nein komm fliegt da hin und euer über den punkt komm 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 ich will noch hier noch eine raumstation bauen also so ein komisches ding los so ein satellit ja raumstation ehrenschaft beschämigt ich merke und der erste schießt verzweifelt ach komm 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 wunderschön tja hutten die republik ist da das war's mit hier draußen herrscht ein anderes gesetz was ist denn das was ist denn das kann zu vergessen ähm hallo würdest du mal äh ja du solltest schnell mal hier hin skywalker du lebst wieder oh ihr lebt alle drei wieder das finde ich auch tüfte ähm was ist das ist mir egal ich greife jetzt nach heute an oh das ist auch süß aber das sehen wir erst in der nächsten folge ähm und dann werden wir auch sehen was hier diese welt angreift naja wir haben schon wieder gleich dann das was wir erobert haben verloren aber dafür haben wir hoffentlich nalhuta und nalhuta ist eine geldquelle ich mag geldquellen naja ähm vielen dank ich bedanke mich fürs zuschauen glaubt euch wohl bleibt mir treu wir sehen ciao